Kapitän noch. Habe ich auch so. Aber gerade aus, Richtung Insel steuern. Hallo? Richtung Insel? Siehst du dich? Das habe ich gar nicht gesehen. Dann musst du hier noch in den Aufpasswebemotor. Hier ist der Gas. Oh, genau. Die Onzebären. Alles gekühlt. Das ist dein neues Auto. Komm da. Das ist eine neue Nummer. Eine neue Nummer, ja. Es hat bald ein Teil in die Kamera. Sie hat immer die Nummer dran. Aha, gut. Noch mal gesehen. Ole. Jose. Was? Nein. Im Prinzip kannst du gerade auswählen. Das ist ein Teil. Je nach Wind. Ja, natürlich. Aber das Problem ist eben, du hast einen toten Winkel. Jedes Schiff hat einen toten Winkel zwischen 90 und 120 Grad von der Windrichtung her. Also du kannst einen Winkel, wenn das der Wind ist, zwischen 90 und 120 Grad nicht segeln. Einfach einen toten Winkel. Aber das Problem ist eben, dass wenn du mit halbem Wind siehst, wenn der Wind nichts trafst und ihr in den Segeln schlägt, du hast die schnellste Fahrt. Ja. Das heisst auch der direkte Weg. Das ist nicht eben der schnellste Weg, den ich nur komme. Ja. Aber etwas anderes hier oben ist, wenn du hier in Bayern gehst. Ja. Das ist praktisch eher mindestens so schwierig. Ja. Es ist noch freundlich, wenn es keine anderen da unten ist. Die Kunst ist, dass man die meisten Ängste fahren kann. Und dann machen wir ihn auf 1. Und wenn Sacken auf all Stablichkeit gehen, dann müssen wir sehen, dann müssen wir sehen, dass wir hier aus einem vollen Sacken haben. Die jetzt ist es genau, und dann können wir jetzt nicht mehr sehen. Wir gucken uns mal. Ja. Das war der Dachkanon Dio. Los! 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 Josef, Friede, Zivili, auf WSE! Ja, du hast einen Gatsch! Viva Italien, Imperator! Imperator! Wir haben einen Namen! Nein! Wir haben einen Namen! Wir haben einen Karlsruher. Okay. Der ist sicher von den Spice-Girls. Ich muss den Tourist Zahner aufnehmen. Jetzt der Tourist Kirschweiler. Hallo, der Tourist Mirz. Baby. Der Tourist Rüdi Süli. Hallo, bitte. Der Vorhaben ist deutscher. Danke. Bravo. Wir kommen mit dem Frosch. Hört die Bienen nicht auf. Wer kommt, die Huren? Der Capitano. Lass es probieren. Bringen Sie den noch etwas hoch. Prost. Wollen wir an? Okay. Aber gerade so hoch, als gar nicht aufzunehmen. Da bist du nicht. Ja. Noch mehr? Ja, ja. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Zwei solide Maschinen hier. Ja, ja. Der Lieb. Da sind wir zum Rufen gewicht. Der Crew beim Mittagessen. Wir fahren jetzt von Alp. Der Capitano. 75 Grad. Krängung 8 Grad. Aha, gut. Der Maut. Herzliche Gratulation Rüdi Süle und Wirzdi Abend im Schiff geschlafen. Ja, gut. Ja, gut. Es ist kacki. Es ist kacki. Warte. Waaaah! Muchas gracias. Ah, ja, ja. Danke Ihnen. Hat er gefilmt, wenn er C3 macht? Wer kommt zuerst oben, Dani Costa? Was fehlt noch zu Dani? Wo ist er? Der Atalionskomandante, der in der C3 war. Er war in der Kampusole. Nein, nur Preise. Der Atalionskomandante, ja. Sogenannte dritte... Sogenannte dritte Lieber. Ja, ja, ja. Du bist in der Kampusole. Du bist in der Kampusole. Ja, bei diesen drei Stückchen, oder? So, Thomas, erzähl jetzt. Wie hast du jetzt die Servietdokter beschissen? Ich habe mir selber beschissen. Jetzt können wir auszahlen. Was hast du da? Ich habe wieder 10 Franken zu wenig. Das stimmt. Ich habe deine Hüfte hier. Jetzt geht es sogar recht. Ja, du bist ja nett. Und wenn der bei anderen Ambitionen hat. Und die etwas mehr verdient, schaffst du sie am liebsten. Ich habe den Hüfte hier. Ich habe den Hüfte hier. Herblick auf ihr das mit dem Hüfte hier.